Hi da Kalite, wie immer, wie immer und wie geht's euch? Na der fragt das nicht immer, hier geht's wie immer, wirklich. Okay, der kommt nicht hier, der hat irgendeinen Survivor gesehen, sonst würde er schon längst hier herkommen. I think. Oder läuft er in die entgegengesetzte Richtung und kommt dann gegen Ende zu mir. Okay, auf jeden Fall, die beiden, Michaela, spielt zusammen. Das ist schon mal safe. Und natürlich muss er gleich tot und geklänzt werden, wie immer. Hier geht's gut, sehr schön. So, the estrogen is on point. The building, the building! Okay. Der Killer geht erst mal woanders hin. Keine Ahnung warum. Mach, kein Sinn. Will ist da lang gelaufen. Ich muss den Kaffee auf jeden Fall gleich trinken, sonst bin ich ja heute nur rein. Ich hab's vergessen, wie lange so ein Gen dauern kann. Boah. Eine Minute und 20, das ist schon echt, äh, eine Menge. Nimm, das ist echt. Ich hab noch nicht mal einen Zombie gesehen. Junge, hast du dir irgendwie ausgelöscht oder was? Michaela, was machst du da? Oh, ich spiel wieder mit. Junge, was macht Nimesis da? Also entweder der Killer ist richtig scheiße oder der Survivor cheatert. Also, mehr kann ich mir nicht vorstellen, also. Also, nimm. Warte mal. Oh, ich glaub, sie cheatet. Oh, sie cheatet, Alter. Ja, sie cheatet. Ja. Sie cheatet. Ja, das, guck mal, das ist normale Geschwindigkeit. Ich glaub, sie cheatet. Ja, moin. Was ein Lappen. Was eine Flasche. Ich bin, ich bin der Meinung, der, der... Nee, glaub ich nicht dran. Ich glaub nicht. So, zwar ein bisschen schöner als gedacht. Ich hab, er kommt. Ja, holen wir die andere. Jetzt kriegt er die auch nicht. Guck mal, jetzt lief die Tante normal. Doch, ich weiß nicht gleich, her. Ja, aus mir... Man tah- ich kann mir nicht vorstellen dass das so scheiße ist also er hat dann nicht mal ein hit hinbekommen und die zombies sind auch nicht da träum ich grad oder er hat sie getroffen okay jetzt hat der bill auch getroffen aber auch nur weil sie am ausgang standen ich gehe mal raus ich will mal kurz zugucken ja erste runde erste runde siehst du doch am stream da unten steht über die uhrzeit die spät normal die du stirbst du bist sowas und sterben mäuschen pack sie dir nemesis ist ein bot nemesis ist ein bot deswegen ist das so scheiße gewesen ja das ist ein bot das ist kein spieler das ist ein bot ja das ist das ein bot es ist kein richtiger spieler aber was soll ich nicht mehr aufheben ne glaube ich nicht an ja 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 ja